willkommen zurück an den empfangsgeräten an diesem wunderschönen abend sollte es bei euch abend sein und wir spielen weiter mit jagged alliance 2 mod 1 13 und es ist inzwischen die 32 folge ich habe ein wenig getrunken und ich hoffe ich kann das trotzdem moderieren oder kommentieren ist vielleicht der richtige übergriff ja mal gucken ob ich klar komme bestimmt nicht ja ich bin gerade irgendwie voll raus und weiß grad gar nicht mehr was so das letzte war was ich getan habe doch 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 also ich hatte hier diesen kampf in dem sektor wo ich ziemlich abgelost habe wo trevor so die kugeln um die ohren geflogen sind und er auch ganz schön was abbekommen hat aber ich dank des reload buttons irgendwann ja einigermaßen gut aus der sache rausgekommen bin auf jeden fall werde ich jetzt mit dem team weiter richtung san bruna gehen weil es ja in san bruna auch noch ein paar sachen gibt zum beispiel hier eine kevlar weste und ein holster obwohl er hat schon holster naja auf jeden fall die kevlar weste die heile ist kann er tauschen gegen die kaputte und dann sehen wir weiter habe ich jetzt eigentlich noch sachen aufgehoben zum mitnehmen habe ich nicht hätte ich aber durchaus machen können moment ich bin ja eigentlich noch gar nicht losgelaufen doch bin ich ich bin schon losgelaufen ich glaube jetzt trotzdem noch mal zurück hey kombo joks und tür ist vorüber das ging ja auch schnell also war ich noch nie weit weg und in die mir noch ein paar sachen mit die ist gar nicht verkehrt diese pss die hat nämlich sehr geringe api mit 14 und dabei eine ganz passabel genauigkeit und ganz passablen schaden das ist eigentlich eine ziemlich gute waffe die was lädt die ach die lädt die munition und diese munition habe ich noch in san mona genau 454 das ist die ja also die psm ist auf jeden fall eine ganz gute zweitwaffe mit sehr geringer ap und diese waffe ist auch nicht verkehrt genauigkeit genauigkeit nach 45 magazin die habe ich leider nichts von 45 45 nicht 44 ja sieht fast gleich aus aber nur fast na gut dann lasse ich sie mal das zeug mitnehmen dann hier noch ein paar magazine zwei haben wir davon nicht die drei noch mit dann evan hat ihn noch noch doch noch platz und chris gut nehme ich alles mit und sie nach san mona ankomme ich mir frage was geht vor im kopf von kommandant das klappt jetzt nicht so recht egal sollen sie halt durchlaufen bereit für den nächsten auftrag ja dann geht in den nächsten sektor so auch 8 uhr morgens und dann schauen wir mal nach wir prüfen die sichtgeräte der söldner ja ja würde ich ja gern gut das ist eigentlich genauso leicht zu merken wie wie das mit den backpacks und zwar shift b ist backpacks ablegen kann ich hier einfach mal machen shift b und dann liegen sie am boden allerdings weiß ich weiß ich nicht das kommando für backpacks wieder aufheben strg shift f ok hat offensichtlich geklappt und das mit den sichtgeräten ist shift n shift b ist habe ich dank eines kommentars gelernt einfach zu merken weil es shift im sinne von wechseln oder ändern plus baby backpacks und ähm shift n für nachtssichtgeräte ist ja eigentlich genauso gar einfach mit shift im sinne von n wie nachtssichtgeräte du bist ja hier noch zum stammkunden ich wette du bist hier um tony zu sehen was er ist hinten ja wir schauen mal was tony so im angeboten hat leider ist ja gerade floh nicht dabei von daher kriegen wir jetzt hier nicht die topkreise zeig mir woran du halt handeln zeig mir woran du interesse hast sind ja immer noch die gleichen waffen ein mini revolver sieht zumindest mini aus ist er wahrscheinlich gar nicht ja ansonsten ähm sieht es noch nach der alten ausrüstung aus die ich auch vorhin schon hatte könnte ich mir jetzt überlegen ob ich vielleicht mal so um diese jahreszeit ist die auswahl hervorragend zu schalldämpferleister vielleicht nächstes mal ja ich hole erstmal alle rein Fehler das wollte ich gar nicht ah das wollte ich natürlich auch nicht ja es ist nicht gut ja nicht gut ich mache lauter Fehler so Trevor kann schon wieder aufstehen und wir wollen eigentlich nur handeln zeig mir woran du interesse hast und jetzt schauen wir mal ob hier irgendjemand was anfangen kann mit dem Zielfernrohr ZF-42 ZF-42 da stehen irgendwie nur ganz bestimmte Gewehre aber ich bin mir nicht sicher ob das wirklich nur bei diesen zwei Modellen passt das wäre doch relativ unrealistisch finde ich das aber hier scheint es auf jeden Fall nicht zu passen aber es zeigt auch nichts an wenn ich das rüber fahre normalerweise hmm lass mal sehen was wir hier haben das hat einigen Wert ich zahle einen fairen Preis und dann geht's auch das hat einigen Wert ich zahle einen fairen Preis ok next das hat einigen Wert ich zahle einen fairen Preis auf die Kommando passt dieses Zielfernrohrchen das hat einigen Wert ich zahle einen fairen Preis und natürlich ein Ständer was ja jeweils nicht verkehrt ist das hat einigen Wert ich zahle einen fairen Preis ah da passt auch das Zielfernrohr dran Zielfernrohr dran oh man ey Zielzern vor ich merke schon das wird eine echt lustige Folge nope falsches Magazin aber 45er 45er WM mal schauen die hatte Joy das hat einigen Wert ich zahle einen fairen Preis nee Quatsch das hat einigen Wert ich zahle einen fairen Preis aha die lädt auch das Highcap Zeug es ist dieselbe Waffe die eventuell Chris hat Colt M1911A1 Colt M1911A1 ja aber die ist Highcap und die nicht das hat einigen Wert ich zahle einen fairen Preis mal so im Direktvergleich die Genauigkeit ist identisch Schaden auch Reichweite natürlich nicht Interessant das hat einigen Wert ich zahle einen fairen Preis also es sind alles keine schlechten Pistolen von daher ist es mir das jetzt irgendwie ein bisschen schade die wegzugeben vielleicht muss das zweite Team auch noch mit einigermaßen guten Pistolen ausgerüstet werden ist ja wahrscheinlich auch so von daher ist mir das jetzt echt unangenehm da was zu verkaufen aber was ich machen werde ist was kaufen naja und vielleicht sollte ich auch die ganze Munition verkaufen die ich eh nicht brauche die Hohlspitz wahrscheinlich nicht die könnte ich auch noch brauchen habe ich die das hat einigen Wert ich zahle einen fairen Preis die hebt Ivan gerade noch auf so anscheinendsten hat doch Joy nee wer hat denn jetzt die Munition ich hatte doch noch ich finde sie nicht das ist seine das ist nicht seine die kann weg können wir da mal stapeln du möchtest jetzt was verkaufen ist das korrekt das ist äh auch seine Munition aber die war vorhin nicht naja ok naja gut gut dann hat er jetzt wieder neue Munition und dafür kann ich weniger verkaufen mal wieder äh ja und sie hat noch 9mm die kann man natürlich auch am Stück verkaufen äh und die braucht sie auch nicht so die Ruga wird sie wohl kaum verkaufen den Kolben könnte ich verkaufen weil den brauche ich eh nicht mhm der bringt auch ein bisschen Geld ansonsten weiß ich gar nicht Kunde stand 12.000 aha überlegte gerade wie viel Geld ich eigentlich habe gut und dann mache ich mich mal drüber her über die verschiedenen Sachen die es hier gibt mhm genau sie ist ein Tauschgeschäft in Erwägung habe ich recht sie braucht auch noch ein Zweibein nämlich das günstigere reparieren geht immer noch mhm da passt keins dran und die anderen Waffen haben zwei Beine Waffen Waffen auf zwei Beinen leider reicht das nicht um die Sachen zu kaufen die du ausgesucht hast na klar reicht das ich nehme noch ein bisschen was vom Konto gut ich kaufe dies verzeihung lieg es auf den Boden bitte so als erstes Trevor der kriegt ne der ist ja klar der kriegt das Zielfernrohr komm werfen wir es noch ein bisschen durch die Gegend vielleicht geht es auch kaputt das wäre dann ja ganz wundervoll so bleiben alle Werte gleich außer der Vergrößerungsfaktor der sich verdoppelt das ist schön so Chris kriegt leider überhaupt nichts davon ab der hat nämlich schon sehr hervorragende Waffen Yvonne Yvonne ich bin mir nicht sicher ob der diesen Schalldämpfer benutzen kann äh Schalldämpfer sage ich schon dieses Hilfernrohr nein kann er nicht aber hä für wen hat ich mir das jetzt vorgesehen ach man ey jetzt habe ich schon wieder was gekauft was ich nicht brauchen kann na super das war natürlich äh Geld rausschmiss unnötigerweise ach verflucht gut das Zweibein kann sie anbringen ach hier werden die diese Werte angezeigt ja genau da ändert sich auch noch ein bisschen was die Sicht verbessert sich auch noch außer Tunnelsicht ja klar Tunnelsicht wird vergrößert weil man ja durchs Fernrohr guckt das ist ein Schalldämpfer was liegt hier noch rum ein SD1 was war SD1 das ist ein Schalldämpfer genau dann nimm dir den mal Ivan den kannst du auf deine Pistole drauf schrauben und du nimmst zumindest den Bindungsfeuerdämpfer den du dann eben auf deine Pistole drauf schrauben kannst huch kann natürlich den Bindungsfeuerdämpfer auch auf die ist da noch irgendwas ja einfach nur kein Bindungsfeuer mehr ja das ist natürlich dann einsatzabhängig wie man was braucht so und jetzt dieses scheiß Zielfernrohr was ich aus Versehen gekauft hab zeig hm das hat das Geschäft ist perfekt noch etwas gar nicht wissen wie viel Geld ich jetzt dadurch verloren habe ah so 200 tja 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 sehr gut selbst schuld selbst schuld das könnte ich im Grunde auch verkaufen aber vielleicht finde ich ja später nochmal ein Gewehr wo es passt so dann werde ich mal in den Sektor Inventar schauen denn hier habe ich erstmal für Joy naja nicht wirklich ich gebe das jetzt erstmal hier irgendwie an Ivan weiter die Pistole er hat ja auch die passende Munition dafür und die andere Pistole und die andere Pistole von Joy gebe ich an Chris weiter ach Gott der hat auch noch eine Pistole ach nee ich habe Ivan und Chris verwechselt die gebe ich an Ivan weiter und ihm auch die Munition dann kriegt der Trevor die heile Kevlar-Wesle getauscht und den Holster braucht er gar nicht mehr weil er schon Holster hat einen passenden ja so sieht's aus Trevor braucht unbedingt irgendwie einen einen Sack wo er was reinpacken kann ok ja der Trupp ist soweit in Ordnung und ich denke die können jetzt erstmal schlafen Ira auch Ira arbeitet wieder und Chris auch was mache ich jetzt mit denen die sind ja bis auf Trevor so gut wie fit Betrieb Pause ich weiß gar nicht was Pause bringt bringt es Erholung keine Ahnung wohl irgendwann müsste er hier mal neue Ware bekommen ach die sollten noch nicht alle zurückgehen und die sollen auch nicht alle wieder hingehen ach Gott ey in die Bar möchte ich nochmal schauen weil man weiß ja nie wer so da ist Mickey und Frank na gut und die Munition hier von Joy die kann hier abgelegt werden das war doch jetzt schon wieder gar nicht die Munition von Joy doch warum legt die warum hat die jetzt Chris abgelegt alles sehr verdächtig muss man mal sagen gut dann können die eben auch noch ein wenig Zeit verbringen beim Trainieren beim Trainieren von Treffsicherheit weil ich nicht weiß was ich sonst trainieren soll im Moment zumindest nicht reicht jetzt geht alle nochmal schlafen wie sieht es aus bei Trevor ok warte ich noch eine Stunde Joy ist nicht müde die sind auch nicht müde ok Trevor ist so gut wie voll dann werde ich jetzt diesen Trupp wieder zusammenführen außerdem nehme ich mir hier oh die machen gar nichts nehme ich mir hier Ira und Dimitri raus was was zur Hölle ich mache hier nur Mist ich mache hier wirklich nur Mist lasst mich ein wenig über mich selbst fluchen ok wie lange brauchen die 4 Stunden und 32 Minuten und die hier brauchen halt ne ich muss ja hier hin 5 Stunden und 11 Minuten dann brauchen die logischerweise lang nicht so lange aber ich könnte sie ja einen Umweg laufen lassen wenn ich jetzt zum Beispiel hier lang laufe 5 Stunden und 2 Minuten nicht so laufe dann noch viel länger ja ich würde eigentlich gerne die Umgebung erkunden aber das ist dann doch irgendwie ein bisschen zu viel des Guten wenn ich das so mache braucht es auch länger naja ich lasse erst mal vorgehen damit die nicht mehr mit den anderen in einem Sektor abhängen und die anderen mit denen werde ich jetzt hier mal in Ruhe aufräumen ja was hätten wir denn da zum Beispiel ein Kevleim den wir mal tauschen können die Winchester ist natürlich auch nicht verkehrt so als Waffe Munition für Gasket der kann auch die Winchester mitnehmen zum Verkaufen natürlich wieder mehr 5,56er eine Trommel noch eine Trommel finde nichts mehr zum ablegen das ist auch nur eine rein da sind 50 Kugeln drin 50 mal 9 Millimeter und bei der weiß ich gar nicht wofür die ist wahrscheinlich für einen MG oder für die 7,62er mal 25 ja naja für so eine alte für eine so eine äh 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 Flinte ist die quasi genauigkeit 0 das ist natürlich eine Topwaffe okay dann habe ich da etwas aufgehoben und gehe jetzt in den nächsten Sektor okay ich bin da äh äh hier schau mal was ich hier noch mitnehmen kann noch mehr 9 Millimeter Munition zum Beispiel auch Hohlspitz haben schon alle Kevlar Westen ja und noch ein paar Magazine die ich nicht brauche kann ich noch ein bisschen unkonvertieren dann passen die hier besser passen die hier besser in die Umgebung zack die sind alle voll ja okay äh soweit so gut das Gewehr könnte ich natürlich noch mitnehmen aber ich habe leider keinen Platz mehr im Inventar und ich brauche unbedingt erste Hilfekästen das kann ja nicht angehen dass ich irgendwie immer mit den Sanitäterausrüstungen reparieren muss naja kann man aber erstmal nichts machen so ihr zurück nach San Mona die werden wohl noch ein Weichen brauchen nehme ich mal an hab mich verbessert bin stolz auf mich ich mache Fortschritte ich lerne schnell halt okay ich bin rein warum denn warum hat er denn nicht angehalten oh heiss ich ankomme ich mir frage was geht vor im Kopf von Kommandant äh der Kopf Kommandant möchte dass ihr hier eine Runde schlaft jetzt hier was tun jetzt möchte der Kommandant äh die anderen äh beiden dem Team 1 zuordnen und auch ins Bett schicken so Chris ist schon wieder ausgeschlafen der olle Schlawiner der ist ja ständig so schnell fit und ansonsten sieht es jetzt hier ganz okay aus glaube ich und dann schicke ich alle zum Angriff ich bin angekommen gibt es etwas was ich jetzt tun kann ja ach ne können wir können wir nicht wirklich aber ich kann nochmal ähm den das Sektor Inventar aufmachen und das die hohe Spitzmunition einordnen so okay dann könnt ihr auch schlafen es sind Feinde in der Nähe und mit dem Hauptteam greife ich jetzt den Raketensektor an von dem ich natürlich schon wusste dass er sich hier befindet ja und hier ist es eigentlich so dass ich meistens hier oben starte hier in dem Gebüsch so dass ich ein bisschen Deckung habe und mich dann hier durchschneide ich speichere gleich Vorsicht vor Scharfschützen okay dann kriegen wir gleich mal eine Warnung nochmal die Gesichtgeräte geändert ähm hier gibt es also offensichtlich Profis unter anderem Scharfschützen das heißt es wird ein heißes Duell werden und ich könnte vielleicht hier doch nochmal ah ja im Kampf geht es nicht na sowas im Kampf geht das gar nicht na gut dann haben wir jetzt in dieser Runde nur ein bisschen Logistikmanagement gemacht und in der nächsten Folge soll es dann losgehen mit dem Angriff auf dieses diesen Raketensektor und da wird es wieder spannend und ich hoffe ihr seid dann wieder dabei bis zum nächsten Mal Amen ja Untertitelung des ZDF, 2020